Ich habe gar keine Ahnung von dem Charakter, also nicht nur ein bisschen, sondern null, also nichts. Warte, wie viele Spielstunden habe ich auf dem? Muss ich mich ganz runterscrollen, glaube ich... Sechs Minuten! Ah ja, easy. Ist ja gut, ey. 4, 3, 2, 1, attack on the screen. Caption objective aid. Oh, das ist ja gut. Spannend wie lange es dauert bis ich geflamed werde. Spannend wie lange es dauert. 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 Ach komm, ich muss grad nachladen. Naja, ein bisschen Pech dabei, da war ich schon zweimal tot, aber ich muss genau dem weit nachladen und für den Millie war sie zu weit weg. Wo ist denn gekommen? Die, die, die! Die Gruppe, Leute? Ich muss immer erst die Schilder kaputt machen. Ich hab mir mal ein guter Streamer gesagt, dass man immer erst die Schilder kaputt machen muss. Diese Charakter ist wirklich leer. Ich werde aber auch gefokust, leck mich am Arsch. Das ist eine Schilder kaputt. Das ist ein Schilder kaputt. Und du das! Auf der Reaper haben alle gekillt, geiler Typ. Ich bin bereit, geiler Typ. Ich habe einen Mio. Geh, 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 geh! Ich bin kein Wettbewerb, ich bin ein Wettbewerb. Ich bin ein Wettbewerb, Leute, ich bin ein Wettbewerb. Noch nicht. Das ist so nice, also wenn du meine Medaillen siehst, bist du glaube ich echt beeindruckt. Eine, ja? 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 Ich habe doch gerade E gedrückt. Null, der Kamikaze Junk. Ach, das schaffe ich nicht. Bin ja weitergerollt, allerdings war ich da in der Junk-Grade. Also ich weiß nicht was Leute in diesem Charakter finden, also ich weiß nicht wie man den spielen kann. Und zwar hier. Untertitelung. BR 2018 Oh ja. Hier. Kannst du schon da? Was ist das? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.